Ja, hallo Leute, habt ihr die Nominierungen gesehen, was momentan laufen, geile Nominierungen, oder? Vorher war das mit dem Bier, alles drum und dran, ne? Und jetzt, was machen die jetzt halt, Alter? Was geht da momentan ab? Icebreaker, mit Wassereimer, Tom Hanks, Axel Stein, alles drum und dran. Ich hab jetzt da meine eigene Nominierung. Nonchigaka, du Katz, immer mit dem Scheiß da, du. So, sardinisches Bier. So, dann nehmen wir ein Ribos Duratas. Dann, natürlich, ne? Ich bin Italiener, ne? Ein Schluck Prosecco. Dann haben wir noch ein Dalmatinska Travarica. Nicht so viel, weil der war teuer. Was haben wir dann noch? Ein Warsteiner. Was ist das? Ein Löschzwerg. Dann haben wir noch, sehr laut. Dann haben wir hier noch ein, äh, Triple Sec Alorage. Ja, liebe Stars, liebe Fans. Und, ähm, das ist meine Nominierung. Und ich nominiere Ukaze, Logugune und mein Gott, fällt euch nichts Besseres ein. Wenigstens kann ich bei dieser Nominierung sagen, Ah, es ist ein geiles Gefühl. Hier haben wir mal was Gescheites. Prost. Oh, liebe Frau. Balkon aufräumen, weil schaut scheiße aus. Grazie. Ja, heel höf. Not hier? und dann macht das nach oben eine Ergritage,